Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es nochmal um den Partikeleditor oder das Partikelsystem. Und ja, ich hatte letztes Mal was zur Kollision gesagt, darüber werden wir kurz reden, aber danach werden wir uns diesem komischen Kasten hier unten, den Kurveneditor, widmen. Und ja, zunächst einmal zur Kollision. Was ich da tatsächlich meinte, war hier einfach die Kollision, also den Collision Type, habe ich mal auf Porn gestellt und hier kann ich jetzt natürlich, falls ich noch Kollisionen mit irgendwelchen anderen Elementen haben möchte, also zum Beispiel mit Static Elementen oder sowas, kann ich das natürlich auch noch einfügen. Und ich meinte nicht irgendwie, dass das Ding wirklich hier, ja, also ich zeige euch am besten mal, was jetzt passiert. Ups, ich habe schon auf Play gedrückt und zwar, ja, ich klicke nochmal kurz auf Play hier. So, wenn ich jetzt hier reinlaufe und wir haben eine Kollision, dann sehen wir, das Partikel verschwindet einfach, während wenn ich wieder weggehe, dann, ja, dann existiert das Partikel neu. So, wir sehen immer noch eine kleine Flamme hier, das liegt daran, dass Sekündlich, ne, doch Sekündlich, 100 Partikel spawnen und die sterben nicht sofort. Also ganz kurz sieht man sie sozusagen und dann verschwinden sie. Aber, was man jetzt natürlich nicht machen kann, ist, man kann nicht plötzlich sagen, der Charakter fängt an zu brennen. Das müsste man noch separat machen. Und da kamen ein paar Fragen auf mich zu, wie man das denn machen könnte. So, ähm, ganz kurz hierzu, man kann hier einstellen, was mit den Partikeln passieren soll. Also Freeze bedeutet sowas wie, ähm, ich würde einfach, ähm, ganz normal sagen, meine Partikel bleiben genau so stehen, wie es jetzt ist, sobald eine Kollision oder sobald Max Collisions auftritt. Max Collisions ist eine Verteilung und zwar von 1 bis 1, also genau eine Kollision muss auftreten, dann, ähm, wird diese Aktion hier ausgeführt und in meinem Fall macht natürlich Kill mehr Sinn, denn Feuer kommt nicht durch mich durch. Aber theoretisch fange ich an zu brennen. Und dieses Anfangen zu brennen, das kann man nicht realisieren mit einem Partikelsystem. Dazu müsste man jetzt hergehen und einen Blueprint, ähm, erstellen. Ich mache jetzt einfach mal einen Actor hier draus und diesen Blueprint aufmachen. So, und jetzt kann ich hier in meinem Blueprint-Editor, kann ich ein Partikelsystem reinziehen. Dann haben wir hier dieses wunderbare Brennen von irgendwas, was dann halt hier drin ist. Einfach, ja, einfach Feuer zum Beispiel oder ein Lagerfeuer oder sowas. Und dann kann ich über dieses Lagerfeuer eine, ähm, eine Box drüber setzen. Und diese Box ist meine Collision Box. Das heißt, sobald hier irgendwie jemand overlappt mit dieser Collision Box, dann würde er anfangen zu brennen. Sprich, man spawnt ein neues Partikelsystem auf meinem Charakter drauf zum Beispiel. Also solche Sachen. Auch dann wieder im Blueprint von meinem Charakter würde man solche Sachen dann eben machen. Das heißt, Is Burning würde dann auf True gesetzt und True würde dann bedeuten, äh, Partikelsystem wird angeschmissen oder sowas. Also das müsstet ihr dann im Charakter-Blueprint machen. Und, äh, nicht mit dem Partikelsystem an sich. Der Grund dafür ist tatsächlich einfach nur die Leistung. Denn, ähm, ja, so ein Partikelsystem hat 105 Partikel in meinem Fall jetzt oder einfach 100 Partikel, ähm, die die ganze Zeit laufen. Das sind normal viel, also das ist eine normale Zahl an Partikeln. Man kann da bis zu 1000 Partikel haben und das ist viel zu aufwendig, wenn die noch richtig Kollision berechnen müssen. Also das kann man einfach nicht realisieren. Und deswegen hat man sich gedacht, Mensch, wir machen das ein bisschen anders. Ähm, ja, soviel dazu. Jetzt zum eigentlichen Thema und zwar zu dieser wunderbaren Kurve hier unten. Dazu lösche ich dieses Modul einfach mal, weil es unnötig ist. Ähm, und ja, jetzt kann ich hier Folgendes machen. Diese Kurve, wir sehen hier aktuell einfach gar nichts. Aber ich möchte jetzt meine Rate hier auf dieser Kurve modellieren. Und dazu kann ich jetzt hergehen und kann diese Kurve, also das Ding mir anzeigen lassen, hier mittels dem. So, und dann kriege ich plötzlich alle Werte, die mir hier an dieser, ähm, innerhalb dieses, äh, dieses Moduls vorkommen, kriege ich in meiner Kurve eingetragen. Ich kann aber die beiden hier wieder entfernen, weil ich die nicht will. Aber ganz kurz dazu, Rate Scale ist auch eine Verteilung, Rate ist eine Verteilung und Burst Scale ist auch eine Verteilung. Das heißt, alle Verteilungen werden im Endeffekt euch hier zur Verfügung gestellt. Und wir wollen das Ganze jetzt mal als Kurve bearbeiten, damit wir auch wirklich was machen können. Ähm, jetzt ist es gerade wieder auf Null runtergerutscht, deswegen sehen wir hier auch plötzlich nichts mehr. Aber wir können hier in dieser Kurve einfach neue Punkte einfügen. Das können wir genauso gut hier dann auch machen. Nachher zumindest, ähm, oder wir erstellen einfach die Punkte hier und verschieben sie dann. Sagen einfach mal hier, neuer Punkt und neuer Punkt. Jetzt haben wir zwei Punkte. Und jetzt kann ich mal ein bisschen rauszoomen. Wo ist mein zweiter Punkt? Achso, klar, der ist auf demselben Fleck. Okay, lame. Ähm, okay, was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann das Ding einfach mal auf 100 setzen. Und dann sehe ich mich hier, okay, ich triffe nicht ganz 100, aber ich kann hier auf 0 gehen, hier auf 100. Ähm, hier kann ich, ja, ist egal, was ich hier einstelle, das wird eigentlich automatisch gemacht. So, und jetzt kann ich mich hier diesen zweiten Punkt einfach zum Beispiel hier irgendwo hinziehen. Ähm, zum Beispiel so, da mache ich mir noch einen dritten Punkt und den schiebe ich wieder hier hoch auf 100. Und das bedeutet jetzt zu viel, halt, stopp, das ist viel zu weit. Ich brauche hier irgendwas in dem Bereich. So, ähm, was das jetzt bedeutet ist, nach 10 Sekunden wird unsere Partikel, oder 10 Sekunden lang werden erstmal die Partikel weniger, dann werden sie wieder mehr. Und jetzt kann ich hier noch hergehen und kann sagen, hey, ähm, ich möchte ganz gerne, dass das Ganze, ähm, nicht so flach aussieht. Also nicht so blopp, blopp, sondern, ähm, und da ziehe ich mal die Kurve ein bisschen höher. Sondern ich kann zum Beispiel sagen, dass das Ganze ein bisschen hübscher wird. Also zum Beispiel so, ups, das war natürlich nicht ganz so sinnvoll. Okay, ähm, ja, gut. Okay, wir lassen das mal. Ähm, ja, okay. Ähm, gut. Was das jetzt hier gemacht hat, war einfach, es hat eine Kurve draus gemacht. Es hat zumindest versucht, eine Kurve draus zu machen. Ich sollte hier vielleicht auch noch dann auf Auto gehen und dann haben wir hier eine wunderschöne Kurve, ähm, die eigentlich aussieht wie so eine Parabel. Also ihr seht hier auch, Mathe ist auch dabei. So, und was jetzt eben passiert ist, wenn ich das Ding hier neu starte, also ich starte mal die Simulation neu, jetzt wird es erstmal weniger und weniger und weniger. Wir sehen hier, okay, wir sehen gar nichts. Hm, okay. Ähm, das sollte eigentlich unsere Rate sein. Ich stelle hier mal, äh, andere Werte ein, damit man vielleicht auch schneller was sieht. So, ähm, jetzt starten wir nochmal neu. Und wir sehen immer noch nichts. Naja, vielleicht sollte ich die Werte ein bisschen anpassen. Ähm, also man müsste, man kann es leicht sehen, aber man kann es nicht richtig sehen. Ich stelle hier jetzt unten erstmal Loop ein, dann wird einfach automatisch nach dem dritten hier geloopt. Und was wir jetzt hier machen wollen ist, ähm, wir gehen hier mal tatsächlich her und sagen, es werden überhaupt keine Partikel mehr imitiert und zwar hier auch nicht. So, und, ähm, ja. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Hm, nicht so richtig, ne? Okay. Wir machen mal die Zeiten ein bisschen ähnlicher. So, jetzt sieht man es und zwar hat man jetzt folgende Situation. Jetzt sehen wir hier auch, ähm, das hier sind die Sekunden. Das heißt, eine so eine Animation geht jetzt gerade fünf Sekunden oder sowas ungefähr. Also quasi da, wo der letzte Punkt steht. Vier Sekunden geht sie. Ähm, und ja, hier oben haben wir jetzt plötzlich 100 Partikel werden gespawnt und die leben ja auch eine Weile. Deswegen haben wir die ganze Zeit noch was gesehen. Ähm, und dann werden plötzlich gar keine Partikel mehr gespawnt. Und dann werden wieder mehr Partikel gespawnt, aber halt nur ein paar. Und, ähm, ja, das heißt, wir haben im Endeffekt so eine... Achso, ja, und dann fangen wir wieder von vorne an. Sprich, wir spawnen wieder 100 Partikel. Und dadurch haben wir jetzt im Endeffekt so ein bisschen... Daher kommt dieser wunderbare Effekt. Ihr seht, das ist nicht ganz so einfach, so einen Effekt zu machen. Aber mit diesem Kurveneditor ist es mehr oder weniger einfach und vor allem sehr, sehr leicht, irgendwelche, ähm, einzelnen Werte zu ändern. Das heißt, man kann hier wirklich schön was machen. Ähm, wobei der hier jetzt eigentlich nicht wirklich einen Effekt hat. Aber der hier hat extrem viel Effekt. Wenn ich den jetzt wieder ein bisschen höher setze, dann, ähm, ja, haben wir hier natürlich wieder mehr. Okay, der hat auch ein bisschen Effekt. Aber, ja, wir sehen hier, also, man muss schon vorsichtig damit sein, was man genau tut. Vor allem, weil ich hier jetzt gerade negativ bin. Sobald man negativ ist, funktioniert es, glaube ich, nicht mehr richtig. Ähm, ja, genau. Also, man kann hier jetzt wirklich sehr viel rumspielen. Man kann damit natürlich auch noch viel, viel mehr Punkte setzen und dann hier wirklich von, äh, bis 1000 irgendwie hochgehen. Und dann sehen wir hier, okay, sehr viel, sehr wenig, sehr viel, sehr wenig die ganze Zeit. Ähm, klar. Ja, damit kann man sehr viel machen. Und ihr könnt es wirklich mit jeder Verteilung machen, die ihr irgendwo findet. Das heißt, ihr habt hier, also, ich finde, so sieht eine Flamme deutlich realistischer aus, wenn sie nicht die ganze Zeit eben dieselbe Stärke hat. Ihr könnt hier zum Beispiel bei Lifetime, könnt ihr hier die, ähm, die einzelnen Punkte setzen. Hier seht ihr dann auch, ihr habt andere Keys. Das heißt, die sind einfach anders. Dann habt ihr hier aber die Möglichkeit, natürlich auch bei Initial Size alle zu nehmen und so weiter und so fort. Und ihr könnt dann damit rumspielen und eben die Werte schön animieren. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Speziell zu diesem Partikeleditor. Ihr könnt jetzt hier richtig viel machen. Wie gesagt, diese Module werde ich nicht alle vorstellen. Da müsst ihr einfach kurz ein bisschen drüber fahren, einfach eins reinpacken, ähm, draufgehen und dann könnt ihr hier lesen, was ist das Ganze, äh, was genau tut das. Wenn ihr spezielle Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit schreiben oder auch ein Video euch wünschen. Dafür gibt es auch meine Webseite. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit den, äh, ja, mit anderen Themen der Unreal Engine. Wir sind noch lange nicht fertig hier. Ich hoffe, ihr freut euch auf noch viel, viel mehr Videos zur Game-Entwicklung. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.